Realsun-Position ist ein einfaches Skript, das Sie den klassischen Tag-Nacht-Zyklus durchführen können, aber im Gegensatz zu den anderen, Rechnung trägt Sichtigung der geografischen Lage und Zeit des Jahres. Einfach durch genaue geografische Koordinaten, Breite und Länge, und ein Starttermin nennen, haben wir das Skript in der Lage sein, den richtigen Winkel der Drehung des gerichtetes Licht zu berechnen, so wird der Tag-Nacht-Zyklus ihrer Anbindung nicht nur sein einfach und vage Nachahmung, sondern auf die tatsächliche Zyklus Tag-Nacht der realen Welt entsprechen. In der Astronomie gibt es einige Algorithmen, die die genaue Position der Himmelskörper im Weltraum in einem bestimmten Datum aus, die Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft verwendet werden, um zu berechnen. Real-Zoon-Position beruht auf der Methode des Julianischen Tag basiert, von denen Akronym JDE ist, und ist eine der genauesten Methoden und am häufigsten verwendet. Die JDE-Verfahren verwendet, um den Azimut und Elevationswinkel der Sonne zu jedem gegebenen Zeitpunkt an einen bestimmten geografischen Standort unseres Planeten zu berechnen. Sobald sie diese Daten erhalten, sie werden einfach auf die gerichtete Licht in der Szene angewendet, und du bist fertig. Einige Beispiele Angenommen, sie ein Spiel in den Wilden Westen entwerfen, Real-Zoon-Position, um das gerichtete Licht der Szene anwenden, und die geografischen Koordinaten von Texas im Skript eingeben und in einem bestimmten Jahr, zum Beispiel 1862, das Ergebnis wäre in ihrer Umgebung zu bekommen, die wahre und wirkliche Sonnenlicht Wild West von genau diesem Zeitraum, versuchen, sich vorzustellen, wie aufregend es wäre das Ergebnis eines Sonnenuntergangs, um über die Hockey Mountains von Texas perfekt in der realen Welt entspricht. Oder vielleicht machst du eine 3D-Rekonstruktion des Abwurfs der Atombombe auf Heroshema, sicherlich haben sie viel Zeit für die Realisierung der Umwelt so nah wie möglich an den Fotos aus dieser Zeit verloren, aber zu welchem Zeitpunkt diese Fotos aufgenommen wurden, wie wollen sie das richtige Licht von diesem Moment zu bekommen? Natürlich können sie, aber sie werden noch eine lange Zeit zu verlieren, wenn es ausreichen würde, einfach um das Skript zu verwenden, indem sie die geografischen Koordinaten von Heroshema setzen und den Tag vom 6. August 1945 um 8.15 Uhr morgens, sie würden die genauen, wahren und perfekte Licht dieser historischen Moment bekommen. Vielleicht stattdessen haben sie in den Kopf gesetzt ein Spiel in Russland, und zwar in St. Petersburg, vielleicht sogar in der fernen Zukunft? Ich weiß nicht, zum Beispiel, sagen wir um Mitternacht am 26. Juli des Jahres 9290, aber sie wissen, dass um Mitternacht im Sommer und in der genauen Lage dort immer noch die Sonne, Realsohn Position weiß, wie, weil sie die genaue Position der Sonne in diesem Moment zuberechnen, und es an die gerichtetes Licht in der Szene anzuwenden, so dass auch in ihrem Spiel, um Mitternacht gibt es noch die Sonne sein wird, wie es wäre in tatsächlich. Und der Südpol, und am Nordpol, an dem Tag, sowie auch dauert die Nacht sogar sechs Monate und die Sonne am Horizont in den Himmel, nicht ganz an der Spitze niedrig bleiben. Wie es hier tut, Realsohn Position weiß es, und führt sie aus, weil Realsohn Position das Licht ihrer Anwendung verwaltet, so dass es passt genau das gleiche Sonnenlicht von der realen Welt, die an einer beliebigen Stelle in beiden Hemisphären führen würde. Deshalb ist es möglich, Realsohn Position ohne Zögern zu verwenden, nicht nur für Freizeitanwendungen, aber auch für pädagogische Anwendungen, Forschung, professionell und auch für astronomische Anwendungen. σηgeBB